Ben! 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 Was kannst du sehen? Ich sehe ein Nilpferd mit einem Hut. Der Hut ist lustig. Wessen Hut ist lustig? Der Hut des Nilpferds ist lustig. Lina hat gerade den zweiten Fall erfragt. Er wird auch Genitiv genannt. Aber was ist der Genitiv überhaupt? Schauen wir uns dazu nochmal diesen Satz an. Der Hut des Nilpferds ist lustig. Weißt du, was für eine Wortart das Wort Nilpferd ist? Ein Nomen. Nomen werden auch Namenwörter genannt. Mit ihnen kannst du Dinge, Personen, Pflanzen oder auch Tiere bezeichnen. Nomen stehen meist mit einem Begleitwort, einem Artikel. Außerdem kann ein Nomen in vier unterschiedliche Fälle gesetzt werden. Das bedeutet, dass das Nomen seine Form verändert und sich dem restlichen Satz anpasst. Auch der Artikel kann sich dabei verändern. Hier wurde das Nomen, das Nilpferd, so verändert, dass es im zweiten Fall steht. Der zweite Fall wird auch Genitiv genannt. Du erfragst ihn immer mit Wessen. Wessen Hut ist lustig? Der Hut des Nilpferds. Ben hat am Anfang Folgendes gesagt. Das Nilpferd hat einen Hut. Der Hut ist lustig. Siehst du, wie sich das Nilpferd verändert hat? Das Nilpferd hat sich in diesem Satz zu des Nilpferds verändert. Der Hut, das Nilpferd, würde sich ja auch ziemlich komisch anhören, oder? Gut, dass sich das Nomen mit dem Artikel verändern kann. Was hat Ben noch entdeckt? Da ist eine Pflanze mit einer Blüte. Die Blüte ist gelb. Kannst du hier einen Satz bilden, indem du den Genitiv verwendest? Was musst du hier einsetzen? Einer Pflanze. Die Blüte einer Pflanze ist gelb. Siehst du auch hier, wie sich der Artikel verändert hat? Wie kannst du in diesem Satz nach dem Genitiv fragen? Wessen Blüte ist gelb? Die Blüte einer Pflanze. Du kannst auch sagen, die Blüte der Pflanze ist gelb. Der Pflanze steht auch im Genitiv. Du kannst es ja trotzdem mit der Frage, wessen Blüte ist gelb, erfragen. Ben hat noch zwei weitere Beobachtungen gemacht. Die Augenklappe des Frosches ist schwarz. Die Füße des Affen sind schmutzig. Lass uns gemeinsam den Genitiv erfragen. Wessen Augenklappe ist schwarz? Die Augenklappe des Frosches. Des Frosches steht im Genitiv. Versuche auch beim nächsten Satz den Genitiv zu erfragen. Wessen Füße sind schmutzig? Die Füße des Affen. Es scheint, als hätten Ben und Lina einen Plan. Wo wollen sie denn nun hin? Bevor wir das sehen, schauen wir uns noch einmal an, was wir gelernt haben. Ein Nomen kann in verschiedene Fälle gesetzt werden. Der zweite Fall heißt Genitiv. Du kannst ihn mit Wessen erfragen. In dem Satz Die Füße des Affen sind schmutzig wurde das Nomen Der Affe in den Genitiv gesetzt. Der Affe hat sich zu Des Affen verändert. Du kannst den Genitiv hiermit Wessen Füße sind schmutzig erfragen? Das sieht nach sehr viel Spaß aus.